... Einfach nur irgendwo langfahren. Nee, müssen wir nicht. Ah, sonst warte ich mal vor. Ja, sonst warte ich mal vor. Ja, sonst warte ich mal vor. Ja, sonst warte ich mal vor. Ja. Ja, sonst warte ich mal vor. 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 Äh, gebraucht 2,8 oder 2,5 waren das. Warte ich mal vor. Ja, so 8 bis 10. Ja, sonst warte ich mal vor. Wie lange hast du gespart? Äh, was heißt gespart? Äh, Onkel und Eltern haben ein bisschen vorgeschlägt. Ja, Two, drei. Okay. Okay. Kontakte, ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hab's noch gesoffen, Herrmann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.